Tipp Nr. 21. Welche Angaben muss das Wahlausschreiben im vereinfachten Wahlverfahren enthalten? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Matthias Ferstle. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrechte und Referent bei der WF. Diese 15 Dinge müssen laut dem Paragrafen 31 der Wahlordnung im vereinfachten Wahlverfahren in das Wahlausschreiben. Los geht's. Erstens das Datum des Erlasses. Zweitens die Bestimmung des Ortes, an dem Wählerliste und Wahlordnung ausliegen. Im Fall der elektronischen Bekanntmachung, wo und wie von der Wählerliste und der Wahlordnung Kenntnis genommen werden kann. Drittens, und dort werden wir uns jetzt etwas länger aufhalten, dass nur Arbeitnehmer wählen oder gewählt werden können, die in die Wählerliste eingetragen sind und dass Einsprüche gegen die Wählerliste nur vor Ablauf von drei Tagen seit dem Erlass des Wahlausschreibens schriftlich beim Wahlvorstand eingelegt werden können. Wichtig dabei und zum einen geben Sie im Wahlausschreiben den letzten Tag der Frist an. Und sollten Sie für den letzten Tag der Frist als Wahlvorstand eine Uhrzeit beschlossen haben, bis zu der spätestens der Einspruch zu erfolgen hat, dann bitte auch diese Uhrzeit unbedingt im Wahlausschreiben angeben. Bedeutsam hier, die Uhrzeit darf nicht vor dem Ende der Arbeitszeit der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler an diesem Tag liegen. Und ferner, wichtig und zum anderen. Bitte weisen Sie zusätzlich auf Folgendes hin, nämlich, dass eine spätere Anfechtung der Wahl durch die Wahlberechtigten ausgeschlossen ist, soweit a. die Anfechtung auf eine Unrichtigkeit der Wählerliste gestützt werden soll und b. nicht Zufuhr aus genau demselben Grund ordnungsgemäß Einspruch gegen die Richtigkeit der Wählerliste eingelegt wurde. So, und jetzt immer noch unter diesem Punkt 3. Bitte auch noch auf die Rolle rückwärts davon hinweisen, nämlich, dass die Anfechtung der Wahl den Wahlberechtigten mit dem Argument der Unrichtigkeit der Wählerliste trotz unterbliebenen ordnungsgemäßen Einspruch immer noch dann möglich ist, wenn sie genau daran gehindert waren, nämlich an der Einlegung des Einspruchs. Und jetzt weiter im Text. 4. Der Geschlechteranteil und der Hinweis, dass das Minderheitsgeschlecht im Betriebsrat mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis vertreten sein muss, und zwar dann, wenn der Betriebsrat aus mindestens drei Mitgliedern besteht. 5. Die Zahl der zu wählenden Betriebsratsmitglieder sowie die auf das Geschlecht in der Minderheit entfallenden Mindestsitze im Betriebsrat. 6. Die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von denen ein Wahlverschlag unterzeichnet sein kann. 7. Dass der Wahlverschlag einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft von zwei Beauftragten unterzeichnet sein kann. 8. Dass Wahlverschläge spätestens eine Woche vor dem Tag der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats beim Wahlverstand einzureichen sind. Der letzte Tag der Frist ist anzugeben. 9. Dass die Stimmabgabe an die Wahlverschläge gebunden ist und dass nur solche Wahlvorschläge berücksichtigt werden dürfen, die fristgerecht eingereicht sind. 10. Die Bestimmung des Ortes, an dem die Wahlverschläge bis zum Abschluss der Stimmabgabe aushängen. 11. Ort, Tag und Zeit der Wahl des Betriebsrats. 12. Die Angabe, dass Wahlberechtigte, die an der Wahlversammlung zur Betriebsratswahl nicht teilnehmen können, Gelegenheit zur nachträglichen schriftlichen Stimmabgabe haben. Bitte weisen Sie zudem darauf hin, das Verlangen auf nachträgliche schriftliche Stimmabgabe muss spätestens drei Tage vor dem Tag der Wahlversammlung zur Betriebsratswahl dem Wahlvorstand mitgeteilt worden sein. 13. Ort, Tag und Zeit der nachträglichen schriftlichen Stimmabgabe und ferner die Betriebsteilung Kleinsbetriebe für die nachträgliche schriftliche Stimmabgabe der geschlossen worden ist. 14. Der Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige Erklärungen gegenüber dem Wahlvorstand abzugeben sind. Also sozusagen die Betriebsadresse des Wahlvorstands. 15. Und schließlich Ort, Tag und Zeit der öffentlichen Stimmauszählung. Na ja, Sie können es sich vorstellen, vermutlich, denn dieses Mal dieser Wahlspruch. Der Gesetzgeber hat einen gewissen Sinn für Ironie. Im normalen Wahlverfahren hat das Wahlausschreiben 13 Punkte. Und kaum ist man im vereinfachten Wahlverfahren, zack, sind es 15. Mein Name ist Dr. Matthias Fersl und wenn Sie wollen, dann liken Sie doch dieses Video. Danke sehr. Danke sehr.